Hallo und herzlich willkommen hier bei Dingsbums hier. Let's Play, wie kann man es nennen? Sag mal. Let's Play Ersatz. Ich würde mal sagen, ja so ein Ersatzthema. Aber wir zocken, laden. Wir sind in einem Raum. Wir nehmen jeweils unterschiedlich mit einem Mikrofon auf. Wir laden zwei Folgen hoch. Jetzt seht ihr ja gerade mein Bildschirm und wenn Börjitz redet, seht ihr sein Bildschirm. Genau, ich rede jetzt mal und ich bewege mal meine Maus hier ganz schnell hin und her. Das ist mein Bildschirm, aber wir werden ja eh getrennte Videos machen. Genau, wir spielen aber zusammen in einem Team. Darum spielen wir auch in einem Raum gegen halt einen Computergegner, mittleren Gegner aus Mordor. Die Karte ist Minas Morgul und ich bin Nummer 1, er ist Nummer 2 und wir laden die Videos halt zeitgleich hoch. Und dann könnt ihr halt entweder seine Sicht sehen oder meine Sicht. Wollen wir es mal ausprobieren und dann denke ich mal, starte ich mal das Spiel. Juhu! Bam! Bam! So, das muss ich mich jetzt mal zurechtfinden in dem Spiel wieder. Spiel wird gestartet. Haha, ist richtig? Cooler. So. So. Minas Morgul, der Turm der schwarzen Magie. Wer während der Rindkrieges die dunklen Trutzburg des Fürsten der Narsgubel. Mal gucken, wie lange wir, ja, ob wir es überhaupt schaffen. Dann viel Glück. Genau, ganz viel Glück, ob wir die Map schaffen. Und da würde ich sagen, viel Spaß dabei. Bei mir lädt es noch. Bei mir lädt es auch noch. So, ich habe erst 88, 90. Du hast 100% schon. Ich habe 92, 93, 94. Ja, aber ich glaube, der wartet jetzt einfach noch. So, 100%. So. Die Glocke ertönt? Nee, doch nicht. So, wir sind in einem Team. Dann müssen sie mich erst mal, wie gesagt, zurechtfinden. Boah. Äh, ein bisschen. Ich kenne das ja schon ein bisschen besser als du, glaube ich, das Spiel. Dann mache ich mir sofort hier. Okay, ich bin am äußeren Rand der Karte. Ich werde wahrscheinlich auch zuerst angegriffen. Alter, wie muss man das jetzt nochmal machen hier? Du musst jetzt erstmal bei Elben Maloren Bäume aufbauen. Und wenn das auf 100% ist, kriegst du am meisten Ressourcen. Ah, stimmt. Und du das hast. Und danach würde ich sofort mal, äh... Ach, hier ist der, ja, ja, ich... Truppenlager aufbauen. Ja, genau. Truppenlager, das ist eine Kaserne, genau. Halle der Krieger errichten. Baut dieses... Und Türme, ganz viele, ne? Wir haben es schon mal gezockt. Und das war übelst heftig. Genau. Weil der Feind hat sofort angegriffen. Und wir haben überhaupt keine Chance gehabt. Wir müssen ganz schnell... Ich gehe mal kurz zu Big Mana runter. Hier ist er. Hier ist auch sein Türmchen und sowas da. Ist auch richtig geil. Ich gehe jetzt auch mal zu dir, eben. Ja. Ah, da baust du schon. Okay, sehr schön. Genau, Bäumchen habe ich schon fertig. Und jetzt will ich sofort erstmal... Ich baue die erste Kaserne jetzt gerade. Ich bin gerade hier... Äh, ich baue gerade ein Dings hier. Den Turm baue ich auch gerade ein. Wenn du das meintest. Ja. So, dann zwei Armeen schon mal drauf. Aber ist ja nicht nur die Richtung. Wir müssen... Ich muss auch auf der anderen Richtung mal gucken. Dann noch einen Turm sofort hier als Sicherheit bauen. Einfach mal dahin. Ganz schnell. Ich mache jetzt einfach ein bisschen schnell hier, weil die greifen nämlich sehr schnell an. Wir haben Mordor. Das kann sogar sein, wenn wir auf Mittel spielen, dass die Nazguls auf Drachen kommen. Ach du Scheiße. Äh, will ich natürlich... Und wir müssen hier angreifen. Hier ist das erste Tor. Das müssen wir durchbrechen. So, dann ist das zweite Tor hier. Und hier ist der Hauptturm. Und das wird heftig. Das wird... So, einen Turm habe ich fertig. Jetzt baue ich mal hier vor allem Bogenteil noch hin. Ja, ich baue sofort noch einen Turm, ey. Ich bin nicht bescheuert. Du hast das gute Fallenbogen-Schützen und Krieger mit Schwertern sind bei dir in einer Kaserne. Ich muss sogar noch extra eine Kaserne bauen für Fallenbogen-Krieger. So, da sind schon meine ersten Zwergenkrieger. Die positioniere ich mal hier hin. Ja, ich muss selber bei mir gucken. So. Wir haben ein neues Gebäude. Die Türme natürlich mit Feuerexten ausrüsten. So, da kommt meine nächste Armee. Silberdornpfeile steht bei mir. Jaja, bei mir sind es Feuerexte oder so. Ach, Scheiße, das habe ich... Hä? Warte mal, ich muss mal kurz... Naja gut, ist ein bisschen scheiße gebaut, das Ding. Was hast du denn jetzt gemacht? Ah, jetzt haben wir erstmal keins. Jetzt muss ich erstmal warten. Unsere Stadt wird größer. Bleib du mal hier. Eine Truppe setze ich sofort hier hinten hin. Wie, ist schon der Feind? Nee, doch nicht. Nein. Boah, ich wollte gerade schon sagen, ey. Wie viel... Ach, man kann Bäume so viel man möchte, ne? Ja, man muss aufs Geld achten, ne? Ja, ich mache aber noch einen Baum. Weil er bringt ja nochmal ein bisschen was. So. 100. Wie viele Armee hast du denn schon? Oh, das geht ja gut los. Äh, ah, Kaserne ist fertig. Dann baue ich mir meine ersten Axtwerfen. Axtwerfer. Akkaloai! Äh, Schmiede errichten. Nein. Äh, nochmal vielleicht hier so ein Ding. Dass ich vielleicht mehr Ressourcen kriege, weil... Ich baue mal so ein Dings Mauerknoten. Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht. Hm. Mauerknoten. Was? Alter, war sofort von dem Bösen so ein Bauwagen, ey. Ich glaub's nicht. Ja, die Bösen nehmen das meistens auch, glaub ich, als Speer. Jaja, um erstmal zu gucken. Boah, das sind Gegner. Das sind Gegner. Hast du schon welche? Hammer, Hammer. Das sind Haradrim. Schaffst du die, oder...? Ich glaub, das werde ich noch schaffen. Na gut. Nein! Ja, das schaff ich. Hab ich den gemacht. Oh, da kommen wieder welche. Scheiße. Es wird Zeit. Okay, ein Baumeister ist von mir tot. Warum her kann ich erstmal nicht bauen. So. So. Ein paar Krieger. Wieder Pfeil und Bogen, fertig. Wieso greifen die mich sofort als erstes an? Ja, ich... Sonst haben die mich doch immer angegriffen, weißt du noch? Ja, aber ich bin, glaub ich, am nächsten dran von uns beiden. Ja gut, das kann... Deshalb vielleicht... Ich hab erstmal meine Truppen hier irgendwo stationiert. Der Feind ist nahe, wo? Bei mir wieder, glaub ich. Ja, warum? Ah ne, da kommt er von der Brücke runter. Jetzt wär's mal richtig geil. Der läuft... Ah ne, das ist ein Baumeister von dir. Ja, aber die haben keine Chance. Baumeister, das ist da. So, ich baue nochmal hier so... So, auch da Pfeile ausgerüstet. Ah, hier hab ich nochmal Truppen. So, ich brauche... Wie kriegt man denn jetzt mehr, ähm, ähm, hier, äh, Rohstoffe, dass man bauen kann? Ja, immer Malorenbäume. Ja, sag, hab ich doch grad gefragt. Wie viele hast du denn? Zwei Stück. Ja, das reicht nicht. Da ist ganz langsam nur. Und die müssen immer auf 100 Prozent, dann ist am schnellsten mit Rohstoff. Ja, ich guck grad. Oh mein Gott. Das Böse. Da kommen sie alle. Ja. Und zwar nicht grad wenige. Ne, warte mal, die lass ich doch da. Aber meine Türme... Ich hab zwei Stück am Haupteingang von Minas Morgul. Und dann nochmal zwei Stück hintereingang. Und jeweils immer zwei Truppen da stehen. Das sollte eigentlich, ähm... Ja, die meisten sind jetzt... Muss ich denn die Malorenbäume dorthin setzen? Da ist ja so ein Radius. In dem Radius muss ich dann Sachen reinbauen. Ne, ne? Nein, nein, nein. Ist einfach nur... Der ist einfach nur da, wo das hingeht, der Radius. Ach so, okay, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist das hier, das ist... Da ist auch nochmal... Sehr schön. So. Festung errichten. Ne, brauche ich nicht. So, Gegner sind abgewehrt. Stallungen bauen. Mache ich natürlich. Jetzt müssen wir mal dorthin. So, ich setz auch mal hier nochmal einen Wachtturm hin. Am besten, wir bauen Wachtürme richtig komplett irgendwo da an den Haupteingängen hin. Dass die erstmal, dass wir unsere Truppen gar nicht irgendwie benutzen brauchen, so extrem. Oh, scheiße, jetzt kommen die von hinten. Bei mir. Was ist denn? Fuck, 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 fuck. Hier sind die Schwerthaloriens. Oh. Wenn du eine Hilfe brauchst... Ja, im Moment geht's grad. Aber die kommen von... Bei mir von zwei Seiten. Bei dir ist das Gute nur von einer Seite. Nee, bei mir kommen die nur von der einen Seite. Ja, bei mir kommen sie von zwei Seiten. Wo denn noch? Ja, einmal von Wasser aus, hier. Okay. Und, äh... Und da kommen schon wieder Gegner. Scheiße, ich kann das nicht. Warte. Ja, wie gesagt, wenn... So. So, jetzt auf die. Den Baumeister retten. So, dann machen wir auch noch ein Türmchen hin. Dann mach ich drei Türme. Ist am besten. So, erstmal kann ich mir nichts bauen, ey. Keine Truppen. Scheiße, die haben einen Teil jetzt von mir kaputt. Ein Wachturm, das ging ja schnell. Wow. Ne, lassen wir erstmal. So, muss erstmal hier gebaut werden. Ein bisschen... So, der Baum ist doch hier fertig. Jetzt kann ich mir noch theoretisch... Baue ich mir noch einen Baum. Den baue ich mir hier hin. So. Da habe ich jetzt eins, zwei, drei, vier Bäume. Das müsste erstmal... Oh, da kommen zwei Angriffswellen bei mir. So. Ah, das geht ja noch. Ja, ja. Diese paar gehen noch. Wenn es mehrere wären, dann komme ich auch mal zu... Äh, vier, vier Angriffstruppen. Ja, ich komme mal zu dir. Pfeil, zwei Pfeile und Bogen und... Ich komme mal zu dir, Imt. Greif doch an da, ihr Blödis. Aber ein bisschen heilen. Das ist hier die Heilfunktion. Steht auch da, heilen. Du bist auch ziemlich weit hinten, ey. Alter, warum machen die denn nichts, ey? So. Können meine... Doch, jetzt können sie. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Ich muss aber immer drauf achten, ob bei mir gleich welche angreifen, vielleicht, weil die kommen von zwei Seiten bei mir. Ich hätte noch Glück, bei mir kommen sie noch nicht von zwei Seiten. So, ich glaube, die sind weg. Ich gehe wieder zu meinem Lager eben. Ja. Weil sonst ist mir das zu riskant. Ich gehe auch erstmal. Ich baue mir mal einen Baumeister. Alter, die haben... Alter, die haben hier bei mir Dings hingebaut. So eine Anlage hier. Die muss ich sofort zerstören. Ja, stimmt. Bleibt hier. Ich muss mich mal richtig hinsetzen. So. Ja, mal sofort zerstören, das Ding hier. Das geht ja gar nicht. Ich baue gerade auch bei dir ein bisschen ins Gebiet mit rein, aber das ist nicht so schlimm. Nö, nö. Wir sind ja beide zu zweit. Genau. Du kannst auch ruhig bei mir reinbauen, wenn was ist. Danke. Macht euch bereit, Elben. Behalt euch. Da kommen wieder Gegner. Die gehen zu mir. Wie sind denn eigentlich die Midland-Hüter ausgebilden? Was? Midland-Hüter. Was ist damit? Sind die gut? Weiß ich nicht. So. Und mal ein Pferdchen. Alter, komm jetzt aber... Ach, das ist denn deine. Wo sitzen... Ey, jetzt haben die so ein Ding hier gebaut. So ein, so ein, so ein... Nassgul, Nassgul, Nassgul. Drache, Drache, der fliegt zu mir. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich brauch Fallenbogen schützen. Ja, ich komm mit meinen. Hüter, Hüter, Hüter. Was sind das? Das sind Sperrwerfer, genau. Nassgul. Nassgul. Hüter, 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 Hüter. So, komm schon. Ja, der ist gleich fertig, der ist gleich fertig. Komm, 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 komm. Der ist gleich down. Yeah. Yeah. So, ich hau wieder ab. Vorsicht, du hast da Gegner bei dir. Ich muss mich auch grad... Ja, ich guck grad auch. So, jetzt muss ich mir meine Türme bauen, ey. Arsch lecken. Ich muss mal schauen, wo hab ich denn überhaupt noch ein paar von meinen, ähm, Gehilfen. Ah, da ist einer. Entingbäume. Nö, hab ich jetzt noch keinen Bock drauf. So, der muss wieder... Scheiße, der kann das nicht. So, jetzt setz ich mir einen hin. Fuck. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. So, jetzt hab ich Reiter. So, nochmal Pfeil und Bogen. Wie kann man denn, ähm, Dings entwickeln? Dass die Brandpfeile und sowas machen. Das geht noch nicht, ne? Schmiede bauen. Ach, ne Schmiede. Warte mal, jetzt muss ich erstmal den Ruf... Oder soll ich lieber Weltsicht? Mach ich Weltsicht am besten. Akzeptieren. Die wollen wir auch mal sofort ausprobieren. Ah, ne, ficken. Das ist doch einfach nur... Ah, ich geh mal kurz hier... Zack, ins Gebiet rein. Jetzt kann ich mir das mal anschauen, hier. Gut, hier ist ein so ne Schmiede. Gegner, Gegner, Gegner. Gegner schon wieder? Bei mir. Na gut, die gehen... Ah, die kommen aber zu mir. So. Der kommt gleich. Oh, muss ich die Elbenkaserne ausbauen vielleicht? Ne, ne? Einfach ne Schmiede bauen. Ist bei dir bei der Kaserne ein Feuer... ...ein Feinbogen? Ach, hier ist ne Schmiede. Warte. Die baue ich mir mal. Ah, da kommen jetzt Haradrim zu meiner Seite. Das ist nur Haradrim, ne? So, mit allem Angreifen da. Volle... Oh, die haben ein Gebäude von mir zerstört. Nicht gut. Von mir sind schon tausende Gebäude kaputt. Sooo... Komm schon. Ich bleib erst mal dort. Wollen wir jetzt hier nicht... Oh, die haben schon wieder ein Held. Oh, fuck. Da kommen auch weh. Oh nein. So viele hab ich nicht. So viele Leute. Ist auf jeden Fall geil. So. Sind wieder besiegt. Alter, hab ich denn nur... ...zwei von den... ...Typen da gehabt? Hä? Die anderen tot oder wat? Magischer Amboss. Boah, was kann ich hier mehr bauen? Mystischer Brunnen. Kristallgraben. Gesegneter Nebel. Alter. Was ist das überhaupt hier? Magischer Amboss.